Demo-Absage Berlin – Ein Fall für den Psychiater? Bereits am 1. August 2020 demonstrierten mehrere 100.000 Menschen verschiedenster Hintergründe friedlich in Berlin. Sie forderten die öffentliche Anhörung von Wissenschaftlern, die eine andere Meinung zur Corona-Problematik vertreten, in Gegenüberstellung zu den favorisierten Experten der Regierung. Außerdem forderten sie das Ende der völlig überzogenen Maßnahmen. Nachdem die Kundgebung auf der Straße des 17. Juni von der Polizei vorzeitig beendet worden war, stand für die Initiatoren von Querdenken 711 bald danach fest, erneut eine Demo in Berlin für Frieden und Freiheit und für die Erhaltung der Grundrechte anzumelden. Und zwar für Samstag, den 29.08.2020. Am 26.08.2020, also nur drei Tage vorher, wurde diese zweite geplante Demonstration vom Berliner Senat verboten. Am gleichen Tag äußerte sich der deutsche Außenminister Heiko Maas zur gleichen Thematik in einer Pressemitteilung, allerdings zu den momentan stattfindenden Großdemonstrationen in der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Mit den täglich zunehmenden Repressionen gegen friedliche Demonstranten stellt sich die Führung in Minsk immer weiter ins Abseits. Diese mutigen Bürgerinnen und Bürger gehen auf die Straßen ihres Landes gegen Wahlfälschung und für ihr verbrieftes Recht auf Freiheit und demokratische Teilhabe. Sie fordern dabei nicht mehr, aber auch nicht weniger als einen offenen Dialog mit ihrer eigenen Staatsführung. Auch die Bundeskanzlerin sowie ihr Pressesprecher Seibert äußerten sich am selben Tag mit identischen Aussagen. In Minsk bezeichnet unsere Regierung die Menschen, die für ihre freiheitlichen Rechte auf die Straße gehen, als mutige Bürger. Ihrer eigenen Bevölkerung dagegen verwehrt sie dieses Recht, für Freiheit auf die Straße zu gehen. Wird ein solches Handeln aus psychologischer Sicht nicht als schizophren bezeichnet? Der österreichische Neurowissenschaftler und Psychiater Raphael M. Bonelli beschäftigt sich in dem nachfolgenden Video ebenso mit der Frage der psychischen Gesundheit unserer Regierung. Bonelli ist Mitbegründer des Instituts für Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie mit Sitz in Wien. Auf dem YouTube-Kanal RPP-Institut äußerte er sich am 26. August 2020 zum Verbot der Demo in Berlin und bescheinigt unserer Regierung unter anderem auch eine narzisstische Störung, die seiner Ansicht nach dringend psychiatrisch behandelt werden sollte. Doch hören Sie selbst. Liebe Freunde, ich habe soeben erfahren, dass diese Großdemo am übermorgen Samstag in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen verboten worden ist. Verboten worden ist, nachdem schon viele Demonstrationen für andere Zwecke erlaubt worden ist. Das halte ich für eine denkbar schlechte Idee aus psychologischen Gründen. Und zwar warum? Weil sie, liebe Verantwortliche, extrem beitragen zur Eskalation. Und das meiner Meinung nach ist das Schlechteste, was sie machen können. Demonstrationen, auch gegen Maßnahmen einer Regierung, das müssen wir in einer Demokratie aushalten. Sie müssen es schaffen, psychisch auszuhalten, dass jemand nicht ihrer Meinung ist und dass jemand Dinge anders sieht. Sowohl die Maske als auch die Maßnahmen sind aus wissenschaftlicher Sicht bei vielen Experten fragwürdig. Manche sagen, das ist sinnvoll, natürlich. Deswegen wird es ja gemacht. Manche sagen, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Und da gibt es überhaupt keine wissenschaftliche Klarheit. Und dass Menschen wegen im Grunde vernünftigen Fragen, auch wenn man nicht ihrer Meinung ist, auf die Straße gehen und sagen, wir sehen das so. Also wir finden irgendwo die Maske nicht in Ordnung und den Lockdown nicht in Ordnung und das und das nicht in Ordnung. Ich muss sagen, das müssen wir aushalten. Ich kenne das in der Paartherapie, dass jemand überhaupt nicht aushaltet, dass der andere überhaupt nur zu Wort kommt. So kommt mir das jetzt vor. Das hat eine ganz hohe Aggression. Das hat ganz viel damit zu tun, dass man nicht hören kann, was der andere denkt. Ich habe auch den Eindruck, dass die Zahlen, die genannt wurden von offizieller Stelle bei der letzten Demo am 1.8. gegen die Maßnahmen, dass die bewusst heruntergespielt worden sind. Aber wenn die so niedrig waren, dann ist es ja auch kein Problem, wenn jetzt wieder ein paar solche Verrückten demonstrieren. Aber so ist es ja offensichtlich nicht. Und diese massive Angst oder dieses überhaupt nicht wahrnehmen können, was sagt der andere? Der andere beurteilt mich kritisch, das kann ich nicht hören, das ist narzisstisch. Dieses, ich kann nicht hören, dass ein anderer sagt, was ich falsch mache, das ist klarer Narzissmus. Vielleicht kennen Sie das auch von sich selber, sage ich mal. Aber dass ein ganzer Staat so narzisstisch funktioniert, ist höchst problematisch. Weil Narzissmus auch ganz nahe ist beim Totalitären. Ja, verstehen Sie? Also ich meine, wenn man nicht mehr sagen darf, dass jemand, dem man die Staatsmacht geborgt hat, man wählt ja immer nur für ein paar Jahre und gibt man ihm halt die Staatsmacht, die man ihm dann auch wieder nimmt. Ja, und dann gibt man es halt dem Nächsten. Demo-Absage-Wählen, Einfall für den Psychiater. Das ist falsch in der Demokratie. Dann passt das nicht. Also meine lieben Damen und Herren, ich hoffe sehr und ich möchte wieder zur Beschwichtigung und zur Deeskalation aufrufen. Ich höre jetzt, dass die Demonstranten trotzdem nach Berlin kommen. Mit den täglich zunehmenden Repressionen gegen friedliche Demonstranten stellt sich die Führung in Minsk immer weiter ins Abseits. Diese mutigen Bürgerinnen und Bürger gehen auf die Straßen ihres Landes gegen Wahlfälschung und für ihr verbrieftes Recht auf Freiheit und demokratische Teilhabe. Sie fordern dabei nicht mehr, aber auch nicht weniger als einen offenen Dialog mit ihrer eigenen Staatsführung. Sie haben ein richtiges Problem damit, was ihnen da vorgegeben wird von Staatsseite und die eigentlich sehr sympathisieren mit den Demonstranten. Also dass sie da mehr oder weniger mutwillig eine, fast eine, also gefühlt eine Bürgerkriegsstimmung hervorrufen, das ist grob fahrlässig. Also das kann ich wirklich als Psychiater nur verurteilen, tun sie das nicht, nehmen sie das zurück, lassen sie diese Leute demonstrieren. Ja, also man demonstriert für alles Mögliche, was schon für Spinnen auf der Straße waren wegen irgendwas, das ist doch harmlos. Wieso halten sie das nicht aus? Das sind halt irgendwelche Leute, ja ein paar Tausend sind es halt wieder 20.000 wie beim letzten Mal, lächle ich jetzt ein bisschen. Die sagen halt, die Maßnahmen sind nicht so super, ja und das werden sie schon durchstehen. Also, und wenn nicht, kommen sie in die Praxis meiner Kollegen oder auch zu mir, wir können Skype-Termine machen. Obliefer Verantwortliche, das war eine ganz schlechte Idee. Bitte hören sie auf zu eskalieren. Ja, das ist eine Eskalation, weil die Leute haben natürlich immer mehr das Gefühl, dass ihnen das freie Denken verboten wird. Ja, die Beurteilung, ich kriege ja jetzt jede Menge SMS und Informationen, aber die Beurteilung, warum es verboten worden ist, ist ja skurril, nämlich, so, wo habe ich das jetzt? Sie richten sich mit ihrer Versammlung gegen die Maßnahmen der Regierung, ja, das darf man, das ist ja logisch, ja, beziehungsweise einzigen Landesregierungen, die sie für überzogen halten. Sie sehen ihre Freiheitsrechte dadurch unverhältnismich eingeschränkt. Was mit einer Fehleinschätzung der eigentlichen Gesundheitsgefahren, die vom SARS-CoV-2-Virus-Ausgehen einhergeht. Das bedeutet, meine Lieben, dass sie eben glauben, dass sie die Wahrheit gepachtet haben. Und das ist, das ist nicht der Fall. Ich meine, keiner in der Regierung ist Experte für dieses Thema. Die Experten sind da selber nicht einig. Aber das größte Problem psychologisch ist, dass sie den Leuten, die sich in ihrer Freiheitsrechte unverhältnismich eingeschränkt fühlen, eine Demonstration verbieten. Ich meine, wie blöd ist denn das? Ich meine, sie potenzieren ja sozusagen ihre Gegner. Haben die das nicht verstanden? Also, ich kann Ihnen nur abraten, in dieser Form weiter zu eskalieren. Bitte rudern Sie zurück. Das ist keine gute Idee.